Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Kopfschmerzen sind ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Während es verschiedene Ursachen für Kopfschmerzen geben kann, suchen viele Menschen nach natürlichen und ganzheitlichen Ansätzen, um ihre Beschwerden zu lindern. Im heutigen Video werden wir uns auf Kräuter konzentrieren, die als wirksame Alternativen zur konventionellen Medikation gelten und bei der Linderung von Kopfschmerzen helfen können. Pfefferminze Die Pfefferminze ist eine beliebte Heilpflanze, die seit langem für ihre beruhigenden Eigenschaften bekannt ist. Pfefferminzöl kann helfen, Kopfschmerzen zu lindern, indem es die Blutgefäße im Kopf entspannt und die Durchblutung verbessert. Eine Studie hat gezeigt, dass die topische Anwendung von Pfefferminzöl auf die Schläfen und den Nacken eine signifikante Linderung von Spannungskopfschmerzen bieten kann. Ingwer Ingwer ist eine Wurzel, die für ihre entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften bekannt ist. Ingwer kann helfen, Kopfschmerzen zu reduzieren, indem er Entzündungen im Körper reduziert und die Durchblutung fördert. Sie können eine Tasse Ingwer-Tee trinken oder Ingwer in ihre Mahlzeiten oder Smoothies integrieren, um von den gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. Kamille Kamille ist eine beruhigende und entspannende Pflanze, die bei der Linderung von Kopfschmerzen helfen kann. Kamillentee kann helfen, Spannungskopfschmerzen zu reduzieren und Stress abzubauen. Sie können Kamillentee trinken oder einen Kompressenbeutel mit Kamillentee zubereiten und ihn auf ihre Stirn legen, um eine beruhigende Wirkung zu erzielen. Lavendel Lavendel hat eine beruhigende Wirkung auf den Körper und kann bei der Linderung von Kopfschmerzen helfen, insbesondere bei Migräne. Sie können Lavendelöl auf ihre Schläfen und den Nacken auftragen oder ein paar Tropfen in ein warmes Bad geben, um von den beruhigenden Eigenschaften zu profitieren. Lavendel kann auch als ätherisches Öl in einem Diffusor verwendet werden, um eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba ist eine alte Heilpflanze, die für ihre positiven Auswirkungen auf die Gehirnfunktion bekannt ist. Ginkgo Biloba kann helfen, die Durchblutung im Gehirn zu verbessern und Kopfschmerzen zu lindern. Gelbwurz Sie enthält den Wirkstoff Curcumin und hilft bei der Linderung von entzündungsbedingten Kopfschmerzen, indem es Entzündungen im Körper reduziert. Fieberklee Seine Bitterstoffe regen die Verdauung an und verbessern die Durchblutung, was zur Linderung von Kopfschmerzen beiträgt. Passionsblume Die Flavonoide der Passionsblume wirken beruhigend und entspannend, was bei Spannungskopfschmerzen und Migräne helfen kann. Mariendistel Ihr Wirkstoff Silimarin hat entzündungshemmende Eigenschaften und fördert die Gesundheit der Leber, was Kopfschmerzen aufgrund von Leberstörungen lindern kann. Wacholderbeere Die ätherischen Öle in Wacholderbeeren wirken entzündungshemmend und entspannend, was bei Kopfschmerzen helfen kann. Steinklee Die Kumarinen in Steinklee verbessern die Durchblutung und wirken entzündungshemmend, was bei Spannungskopfschmerzen und Migräne hilfreich sein kann. Frauenmantel Frauenmantel enthält Gerbstoffe, die entzündungshemmend wirken und bei hormonell bedingten Kopfschmerzen, z.B. während der Menstruation, helfen können. Mädesüß Es enthält natürlich vorkommende Salicylate, die eine ähnliche Wirkung wie Aspirin haben und entzündungshemmend wirken. Scharfgabe Sie enthält Flavonoide, die entzündungshemmend wirken und bei der Linderung von Kopfschmerzen helfen können. Verbena Verbena enthält Iriduitglycoside, die entzündungshemmend wirken und bei Kopfschmerzen helfen können. Brunnenkresse Die Senföle in Brunnenkresse haben eine entzündungshemmende Wirkung und können bei Kopfschmerzen helfen. Perilla Die Rosmarinsäure in Perilla hat antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften, die zur Linderung von Kopfschmerzen beitragen können. Drachenkopf Die Schleimstoffe im Drachenkopf können bei Kopfschmerzen helfen, indem sie eine schützende Schicht auf den Schleimhäuten bilden. Duftfeilchen Sie enthalten Salicylsäure, die eine entzündungshemmende Wirkung hat und bei Kopfschmerzen helfen kann. Wasserdost Die Flavonoide im Wasserdost wirken entzündungshemmend und können zur Linderung von Kopfschmerzen beitragen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Kräutern und naturheilkundlichen Mitteln BA-Kopfschmerzen individuell sein sollte. Es wird empfohlen, einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker zu konsultieren, um die richtige Dosierung und Anwendung zu bestimmen. Kräuter können eine effektive und natürliche Methode sein, um Kopfschmerzen zu lindern. Von Pfefferminze über Ingwer bis hin zu Kamille und Lavendel gibt es verschiedene Optionen, die Ihnen dabei helfen können, Beschwerden auf ganzheitliche Weise zu lindern. Denken Sie daran, dass jeder Körper anders reagiert. Daher kann es hilfreich sein, verschiedene Optionen auszuprobieren, um herauszufinden, welche für Sie am besten funktionieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, BAE, durch und durch gesund!